So, hallo und herzlich willkommen zurück zu meiner Let's Play Warriors Orochi 4. Wir machen weiter mit Kapitel 4. So, hallo und herzlich willkommen zu meiner Let's Play Warriors Orochi. So, hallo und herzlich willkommen zu meiner Let's Play Warriors. So, hallo und herzlich willkommen zu meiner Let's Play Warriors Orochi 4. So, hallo und herzlich willkommen zu meiner Let's Play Warriors Orochi 4. So, hallo und herzlich willkommen zu meiner Let's Play Warriors Orochi 4. Na gut, dann gehen wir's an. Bin gespannt, wie lange Kapitel 4 jetzt noch dauert. Aber allzu viel habe ich jetzt noch nicht aufgenommen. Kapitel 2 war extremst lang. Und wir hauen uns rein. So, hat Torianzo. Ja, ist cool. Ist cool. Kann man lassen. Hat Torianzo von Kill Bill. Kennen wir, glaube ich, alle. So, ich glaube, ich muss eh so rund um ein Dumm rennen da. Wartet, ich nehme mal ganz kurz hin. Nämlich da oben kommt dann dieses grüne Mistviech. Oh, na dann. Da vorne steht er schon. Und lauert. Drecksvieh geschissenes. Nein, nein, nein. Jetzt warten wir mal ganz kurz. Er will schon beschwören da, das Mistviech. Ich hoffe, das ist noch drauf. Ja, sehr gut. So, und ab geht's. Ja, das ist schon cool. Es ist schon cool. Es haut schon ordentlich rein. So, schauen wir mal, dass wir da mal hin wegkriegen. So, die Super ist einmal voll. Das ist gut. Ah, bitte stirbe jetzt. Danke. So, den Rage da oben nehmen wir uns auch gleich. Ist er weg? Ich hoffe. So, Rage können wir jederzeit jetzt aktivieren. Wir gehen weiter in diese Richtung. Und schauen uns den Rage mit ihm an, würde ich sagen. Er ist auch leibernd. So, und ab geht's. Ja, das kann schon. Das kann schon was. Und da drinnen zündet man gleich. Und ab geht's. Beautiful. Ah, du wirst nicht lange überleben. Er macht auch Flammenschaden. Das ist gut. Also Feuerschaden, Flammenschaden. Ja, natürlich. Dankeschön. So, jetzt gehen wir da rauf. Was haben wir jetzt noch? Mit ihm haben wir noch die Ultimate zur Verfügung. Hallo. Ah, hier hätte ich zünden sollen. Ah, da hätte ich zünden sollen. Da sind so viele. Aber wurscht. Vielleicht kriegen wir's ja voll. Auf jeden Fall, der hat nix. Gegen mich auszurichten da. Wie man sieht, den plötzlich ganz schön weit runter. Und den Typen da auch. Und er ist level up. Sehr gut. Jetzt, close the gates. Sehr schön. Ich liebe es, wenn es funktioniert. Komm her da. Alter, schaut euch das an. Wenn ich da gezündet hätte. Was ich da alles geschafft hätte. Rauch durch, rauch durch, rauch durch. Und ich hoffe, er ist drinnen. Ja, perfekt. Gibt's mal wieder sowas? Jawohl. So, mit wem schauen wir uns den nächsten Rage an. Ja, gleich mit ihm, oder? Ich brauche jetzt nur Gegner. Gegner, Gegner, Gegner. Da oben. Der braucht Hilfe. Warte, ich komme. Ich eile. Ich fliege. Ich bin gleich da. Ah, ich will ihn endlich haben, da. So, Rage on. Er hat das sogar überlebt. Ihn, ich will endlich ihn haben. Ich hoffe, dass der jetzt endlich mal da zu mir kommt in mein Team, Alter. Ich möchte mit ihm spielen. Das ist einer meiner Lieblinge. Und der Rage von ihm war auch geil. Kann man nichts sagen. So, ich gehe ein bisschen rausspielen. Genau, nämlich da runter müssen wir. Das habe ich gewusst. Nehmen wir mal ihn da, damit sich die Ultimate auch wieder bei den anderen aufladet. So, das sind gleich vier Stück unten. Das wäre schon geil, wenn ich da gleich zünden könnte. Schauen wir mal, ob sich das ausgeht. Der eine, glaube ich, verpisst sich da. Na, er bleibt da. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall da runter. Da unten läuft er um mit Umsetzers. So, komm mit. Komm mit. Ich möchte jetzt nicht... Oh ja, zünd mal. Es wurscht. Erfahrungspunkte sind Erfahrungspunkte. Hau rein. Hau rein. Na, jetzt weißt du nicht mehr, was du machen sollst, ne? Den kann ich auch noch machen, wenn du willst. Na, leider. Da ist nichts mehr. Jetzt habe ich es umsonst gemacht, aber ist ja wurscht. Aber wir können es eh gleich nochmal machen. Sehr gut. Ja, genau. Jetzt sind die Punkte da weg, oder was? Den holen wir uns trotzdem, da. Schön runterpürzt. Für das Level nicht schlecht. So, rauch da durch. Rauch durch. Und den hier. Mit Hattori Hanzo. Ja, den müssen wir raufhauen. Den müssen wir raufbringen. Na, die Hälfte haben wir. Wenigstens was. Komm, steh auf. Na, komm, steh auf. Gut, dann machen wir es ein bisschen härter. Anscheinend stehst du auf härtere Sachen, ha? Und wir gehen... Dort nach hinten. Der läuft... Läuft der ja gerade weg. Nein, der kommt da. Sehr gut. Und zünden. Ja, schwach. Hau ihm das Ding auf den Kopf. Sehr gut. Das war stärker. So, wie komme ich jetzt da drüber? Es ist alles so irgendwie komisch gemacht. Wenn ich da raufgehe, das bringt sich nichts. Ich muss da nach hinten. Oh, der gehört schon mir. Das ist sehr, sehr lieb. Die Ultimate ist auch fast bereit. Wartet. Jetzt ist sie bereit. Sehr gut. Züngt mal aber mit ihm, würde ich sagen. Oh. Gut, dafür brauche ich ihn nochmal. Ab geht's. Genau auf seinen Kopf. Ist er weg? Natürlich nicht. Halt, 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 halt. Moment. Moment. Alter. Ich brauche ihn jetzt aber. Hau das Viech weg. Gibst du mir Rage, Rage, Rage? Gibt aber nicht, okay. Dann zünde ich. Nämlich der Typ neben mir hätte mich jetzt fast umgebracht. Wir haben fast wieder gestorben. Gott sei Dank habe ich diesmal in Auge behalten. Weg mit euch. Habt ihr das sehen? Wie viel habe ich eh, der noch gehabt hat? Nicht wirklich viel, gell? So, der, gegen den kämpfe ich jetzt auch schon die ganze Zeit. Und gleich nochmal, weil es so lustig war, hm? Ja, natürlich. Jetzt kommt er wieder von hinten. Und ab mit euch in die Ecke. So, umdrehen. Auf den Typen jetzt da drauf. Level Up, sehr gut. Früher hat man bei Level Up wenigstens irgendwas gekriegt, dass die Vitalität voll ist. Oder dass der Rage wieder voll wird oder sonstiges. Man hat immer irgendwas gekriegt, jetzt kriegt man gar nichts mehr. Okay. So, mit den ganzen Sachen. Da kommt gleich der Nächste runter. Ja, ja, kommt es nur. Wo ist er? Wo ist er? Da direkt irgendwo vor mir. Da ist er. Ab geht's. Wenn er sich anstrengt, könnte er es sogar schaffen. Naja. Dann machen wir mit dem Bogen fertig. Na, ist sich auch nicht ausgegangen. Leider. Na komm, steh auf. Aber so dafür. So, wohin müssen wir? Na, gekommen jetzt. Moment. Mit dem Bogen darüber. Ich mach den schon. Mach du den anderen. Ich hab gesagt, mach du den anderen. Na geh, schade. Lasst es mich da in Ruhe. Dann nehmen wir einen stärkeren da. Ist weg. Bitte können Sie umfallen. Vielen Dank. Nochmal. Ganz kurz. Dankeschön. So, jetzt tun wir die Ultimate wieder aufbauen. So, warte jetzt einmal. Ich muss ganz kurz schauen. Es gibt eh nur noch einen, sehe ich gerade. Ich glaube, das hier wäre der schnellste Weg dorthin. Okay, gut. Die machen da nichts. Die spielen sich da mit irgendwas. Keine Ahnung. Dann gehen wir da durch. Aber die Räume treffen wir aufeinander. Das ist gut. Das ist auch gut, dass ihr da seid. Jetzt. Und wieder retour. Und wieder retour. Und wieder retour. So, das reicht. So, wer bist denn du, ha? Jetzt bin ich gespannt, gegen wen ich da kämpfen muss. Öh, Tani. Oh, Tani. Keine Ahnung. Ab geht's. Hier bin ich. Ah, der Hausmeister ist da schon wieder. Ah, das Schwert war davor. Schade. Oh, ich kann nochmal. Sehr gut. Sehr gerne. Hau rein. Bring ihn zu Fall. Na, okay. Ich kann aber nochmal. Gut. Mir ist es wurscht. Na, okay. Jetzt laufst du weg. Ah, jetzt kommt er wieder. Gut. Reicht das aus? Da haben sie Arschlecken, ne? Verpiss dich jetzt. So, das war's wieder. Das war's. Wie sie alle an mir vorbeilaufen. Wie sie alle an mir vorbeilaufen. So, victory. Sehr nice. Und gründlich. Und gründlich. Und gründlich. Wie sie alle an mir vorbeilaufen. Und gründlich. Ich werde mit mir vorbeilaufen. Das ist das, was ich. Das heißt, wir haben uns geholfen. Es wird schnell helfen. Es ist ein Problem von Mitznari. Wenn du siehst, dann kannst du dich gerne. Ich kann nicht die Zeit verletzen. Und jetzt haben wir ihn endlich. Okay. Ja, ja, nehmen wir alles mit. Alles super, alles toll. Dankeschön. Kommt noch Geplapper. Ich freue mich schon auf den nächsten Part, wenn ich mit ihm spiele. Jetzt werden wir ihn noch aufwerten, natürlich auch noch. Ich bin der Herr Schöne, der Geplapper kommt. Also, das ist das. Ja, das ist das. Juste, ich weiß nicht. Ja, ich auch. Aber ich weiß, dass ich mich nicht verletzen kann. Ja, ich weiß nicht. ... Ich glaube, es ist ein wunderschönes Team, aber es ist besser, wenn es gut ist. Und noch ein paar Folkungen interessieren. Sie sind in den Kriegern, die in den Kriegern mit einem starken Mannschaften sind. Was ist das? Ich glaube, es ist nur ich zu sagen. Hey, ich versuche es! Okay, das erste wie immer, upgraden, schauen wir mal was er da alles dazukriegt hat, 5 Punkte leider nur, mehr nicht, aber ja gut, haben wir eine neue Waffe mit dir gefunden, 34, ja, den nehmen wir natürlich auch, so, dann schauen wir natürlich auch mit ihm, na, er hat leider nichts dazukriegt an Fähigkeitspunkten, hat eine neue Waffe, nein, auch nicht, okay, dann schauen wir natürlich auch noch mit ihm, er hat sicher was gekriegt, wenigstens 2 Punkte, es ist besser als nichts, einen und wie viel kostet der, 2, gut, das ist aber für die Angriffsstärke, das ist auf jeden Fall mal besser und er hat sogar eine neue Waffe gekriegt, cool, so, dann tun wir wieder, ja, das hier, so, das können wir verkaufen und den Rest tun wir halt wieder einschmelzen, das können wir auch verkaufen, so, dann er da, verkaufen, verkaufen und wieder einschmelzen, so wie immer und bei ihm genau das gleiche, nein, einschmelzen, einschmelzen, verkaufen und wiederum zweimal einschmelzen, so, wir suchen uns die nächsten 3 Leute aus, er bleibt fix drinnen, einen Level 1er Charakter nehmen wir mit und das ist fix er und statt ihm nehmen wir auch noch mal wie einer anderen mit und zwar, keine Level 1er, Level 3 auch nicht wirklich, jetzt da, nehmen wir irgendetwas, was höher ist, Level 6, 7, 8, Ina könnte man mitnehmen, er war nicht wirklich so berauschend, ja, er war nicht schlecht, muss ich sagen, er war gut, der ist schon voll, nehmen wir wieder die Nö mit, nein, nicht die Nö, oder, nehmen wir die Nö mit, er ist gleich dann wieder voll, na, die Nö nehmen wir nicht mit, die Nö nehmen wir nicht mit, wir nehmen einen mit, wo das Herz jetzt noch nicht allzu voll ist, da muss ich aber unten welche nehmen, zum Beispiel, ja, nehmen wir halt einen schwächeren mit, keine Ahnung, welcher war denn da gut, wenn ich das jetzt noch wüsst, war der gut, das war der mit der komischen Lanze oder sowas, oder, ich habe keine Ahnung, nehmen wir den mit, er reicht mir für die Mission, na, natürlich nicht, aber den tun wir auch gleich upgraden, so weit wie möglich rauf, ja, auf jeden Fall leihwand, und er hat 38 Punkte, hat er jetzt, also, der wird jetzt voll abgehen, der Typ, einen haben wir noch, Increased Defense, ja, sehr gut, schaut euch das an, ein Level 1 Charakter, voll aufgewertet, und das alles haben wir freigeschalten, ich hoffe, dass sich das was bringt, so, das wäre mein 3er Team, und er bleibt jetzt fix drinnen, er bleibt jetzt fix drinnen, so, Story, haben wir was gekriegt bei der Side Story, ja, wir haben wirklich was gekriegt, cool, aber zuerst Kapitel 4 fertig machen, und ich bedanke mich bei euch, wie immer, ganz, ganz herzlich fürs Zusehen, macht's das gut, tschüss, Baba, euer Herzfehler.